Der Ballon d'Or 2023 ging, wie schon im Vorhinein klar war, ein achtes und ich denke mal auf jeden Fall ein letztes Mal an Lionel Messi und eben nicht an Erling Haaland. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, warum das tatsächlich verdient ist. Klar ist gerade ein recht kontroverses Thema, ich glaube ich bin da in der Minderheit, die meisten sind da pro Haaland. Aber schon mal vorneweg, der Titel ist natürlich ein bisschen provokativ formuliert, denn Messi hat es meiner Meinung nach verdient, aber es wäre jetzt kein Skandal, hätte Haaland den gewonnen. Aber genauso wenig ist es für mich ein Skandal, dass Messi den gewonnen hat und genau das möchte ich jetzt zeigen, warum das der Fall ist. Für mich ist es jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie einen der beiden extrem sympathisch finde oder auf einen einen extremen Hass schiebe. Ich hätte es beiden gegönnt, ich schätze beide als Spieler enorm und deshalb einfach hier mein Standpunkt. Vorneweg muss ich sagen, ich bin eigentlich gar nicht mal der große Messi-Fan, also ich bin jetzt weder Ronaldo noch Messi-Fan. Aber wenn es jetzt darum ging, wenn man sich entscheiden muss, war ich eher Team Ronaldo, bin es eigentlich auch immer noch. Dennoch finde ich, dass diese Weltmeisterschaft einfach einen enorm hohen Wert hat und damit sind wir auch schon beim ersten Punkt angelangt. Und zwar sind das natürlich die Titel, die da schon auf jeden Fall entscheidend sein sollten. Da haben wir auf Seiten Haarlands das Triple aus Premier League, FA Cup und Champions League. Während Messi eben die League A, also auch die nationale Meisterschaft, den französischen Super Cup und dann natürlich die Weltmeisterschaft holen konnte. Und gerade letztere ist für mich von so enorm hoher Bedeutung. Das ist ein Turnier, das findet alle vier Jahre statt. Das ist einfach das größtmögliche Turnier, auch größer wie irgendwie Copa America oder Europameisterschaft. Und ich finde schon, dass das eine große Rolle spielen sollte. Klar, es war glücklich, sage ich jetzt mal, im Elfmeterschießen, im Finale. Auch ansonsten war es natürlich immer knapp. Dennoch ist es ja nicht nur der Titel an sich, der für Messi spricht, sondern vor allem seine Leistung bei dem Turnier. Denn so hat er, wie ich finde, seine Nation mit Argentinien komplett durch das Turnier getragen. Zunächst einmal in der Gruppenphase weiß ich nicht, ob die ohne ihn nicht sogar ausscheiden. Denn sein Tor im zweiten Gruppenspiel gegen Mexiko war für mich so die Initialzündung für den Erfolg. Das war einfach ein sensationelles Tor, eine überragende Einzelleistung. Und daraus resultierte dann der Durchmarsch im weiteren Verlauf des Turniers. Insgesamt waren es dann eben von Messi fünf Tore in vier K.O. Spielen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr krass. Zudem hat er sechsmal das 1 zu 0 erzielt und auch zwei extrem schöne Assists geliefert. Klar waren einige Elfmeter. Seine Arbeit gegen den Ball war natürlich auch nicht überragend. Aber generell muss ich sagen, für Argentinien hat er immer gebrannt. Da hat man gesehen, der gibt nochmal zehnmal so viel wie für PSG. Und das war einfach eine sensationelle Leistung bei der WM, die man hervorheben muss. Genauso wie den Titel an sich. Während Haaland da natürlich keine Chance hatte, mit Norwegen nicht teilgenommen. Da kann er jetzt nicht unbedingt was dafür. Das will ich ihm jetzt auch gar nicht schlecht anrechnen oder so. Das ist halt einfach ein bisschen Pech, sag ich jetzt mal, was für eine Nation man hat. Aber ich finde, in einem Jahr, in der eine WM stattfindet, was nur alle vier Jahre der Fall ist, sollte man das dennoch extrem hervorheben und auch berücksichtigen bei der Wahl. Ja, das war jetzt nur Nationalmannschaftsfußball und der Klubfußball sollte da natürlich eine ähnlich, wenn nicht sogar größere Rolle spielen, da man da einfach viel mehr Zeit verbringt. Und das spricht natürlich für Haaland. Da kann man eigentlich nicht dagegen argumentieren. Dennoch wird jetzt oft so getan, als hätte Messi außer der WM nichts mehr geleistet in der vergangenen Saison, die ja eben berücksichtigt wurde für diese Wahl. Und das ist keinesfalls der Fall. Wenn wir es mal gegenüberstellen, haben wir bei Haaland 56 Tore und 9 Vorlagen in 57 Spielen. Auf der anderen Seite bei Messi 48 Spiele, 28 Tore und unglaubliche 23 Vorlagen. Natürlich, der Großteil dessen kommt aus dem Liga-Betrieb, sowohl bei Haaland als auch bei Messi. Und natürlich ist die Premier League deutlich anspruchsvoller wie die Liga A, aber man sollte die Liga A jetzt nicht komplett kleinreden. Das ist trotzdem eine Top-5-Liga für mich, auch wenn sie es nach dem UEFA-Koeffizient nicht ist gerade. Aber in der Breite ist die Qualität da nochmal deutlich besser wie zum Beispiel in Holland. Und deshalb darf man es nicht unterschätzen, wenn gleich Messi auch in der Champions League noch Top-Leistungen gezeigt hat, auch wenn es nur bis ins Achtelfinale ging, hat insgesamt in Champions League und Liga A-Spielen 40 Scorer-Punkte vorzuweisen. Und im Schnitt sind es bei Haaland 1,16 Torbeteiligungen, also Tore oder Vorlagen. Und bei Messi im Schnitt 1,06, wobei man natürlich sagen muss, Haaland beschränkt sich in seinem Spiel fast nur auf das Tore schießen, beziehungsweise auf Torbeteiligungen, während Messi auch im Kreativspiel an Toren beteiligt ist, seien es Pre-Assists oder eben Vorlagen, die er liefert, die aber die Stürmer nicht verwerten. Und Messi ist natürlich eher Spielmacher als Vollstrecker, somit ein ganz anderer Spielertyp, was man auch nochmal berücksichtigen sollte. Des Weiteren, hat Haaland viele Tore geschossen? Ja, auf jeden Fall. Hat er wichtige Tore geschossen? Ja, teilweise. Aber in den wichtigen Momenten war es nicht unbedingt er, der die Tore erzielt hat. So war er sowohl im Champions League Halbfinale als auch im Finale komplett abgemeldet. Hatte da eigentlich kaum einen Stich. Falls doch, hat er die Chancen eben vergeben. Und da war es dann eben eher ein De Bruyne oder ein Rotri, die für Manchester City die Spiele gewonnen haben. Also in der Hinsicht, was jetzt so spielentscheidende Tore angeht oder Aktionen, steht Messi für mich dann auch nochmal so ein bisschen über Haaland. Wenngleich ich ja vorhin angesprochen habe, die Elfmeter, die Messi bei der WM geschossen hat, die dann natürlich auch in seine Scorer mit einfließen. In der Liga hat er keinen Elfmeter geschossen. Da war es entweder Neymar oder Mbappé. Während Haaland extrem viele Elfmeter in der Liga geschossen hat, soll jetzt natürlich die Elfmeter nicht schmälern. Die muss man auch erstmal rausholen oder machen. Aber ich wollte es nur nochmal erwähnen. Letztendlich, um zu einem Fazit zu kommen, mehr oder weniger, muss man natürlich die Leistung von Haaland dennoch respektieren. Beziehungsweise vor allem sagen, wie stark das war. Somit ist er auf jeden Fall einer der stärkeren Zweitplatzierten, die es bei den Ballon d'Or-Wahlen gab. Kann es sich jetzt natürlich nichts von kaufen. Aber ich glaube, wir Fußballfans wissen alle, was das bedeutet, wie gut er war. Und man sollte diesem Award jetzt nicht unbedingt mehr Aufmerksamkeit geben, als er verdient hat. Auch wenn ich das jetzt mit diesem Video getan habe. Aber gut, das Thema musste ich jetzt einfach mitnehmen und da einfach mal meine Meinung dazu äußern. Ihr seid wahrscheinlich trotzdem anderer Meinung oder habe ich euch überzeugt? Schreibt mir gerne euren Standpunkt in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.